Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video in Capture One. Heute geht es um Belichtung und Kontrast und welche Werkzeuge wir da haben bzw. wie ihr die am besten in eurem Workflow einsetzen könnt. Gleich nach dem Intro geht's los. In Capture One haben wir mehrere Tools die auf Helligkeit und Kontraste abzielen und die funktionieren individuell verschieden. Wir schauen uns die jetzt einzeln mal durch und dann könnt ihr mal selber entscheiden welcher ihr in eurem Workflow besser einbauen würdet. Dazu habe ich ein und dasselbe Bild und da nehme ich gleich mal das erste Bild was ich schon fertig bearbeitet habe und legen wir da ganz als Vergleichsvariante an. Dann haben wir hier ein Bild dann haben wir das Belichtungstool hier und das kennt dann jeder an sich. Wir haben vier Regler, die Belichtung, den Kontrastregler, Helligkeitsregler und die Sättigung. Bei Belichtung haben wir das eben so, dass man hell und dunkel hinzufügen kann und man sieht auch am Histogramm, dass das ziemlich ausschlägt bzw. auf das ganze Bild angewendet wird. Man kann sich das also wie in der Kamera vorstellen, wenn man Belichtung oder ISO ändert oder ja. Dazu, ich verwende es eher dezenter meistens. Wenn ich das dann noch etwas brauche, dann nehme ich den Helligkeitsregler. Der Helligkeitsregler macht im Grunde dasselbe, nur wirkt er mehr auf die Mittelkontraste. Der lasst mir eher Helligkeit und Schatten außen vor und ich kann da ein bisschen mehr drin arbeiten. Wenn man es da so vergleicht, hier brennt jetzt nichts aus und es sauft auch nichts ab in diesem Bild. Das heißt, ich kann da viel besser arbeiten und auch beim Histogramm sieht man, dass da viel weniger passiert in unserem Bild als vorher beim Belichtungsregler hier. Dazu stelle ich mir das Ganze jetzt einmal so ein, wie ich das haben möchte. Jetzt so und auch ein bisschen Helligkeit noch dazu und dann habe ich mein Bildschirm in der Helligkeit eingestellt. Da kann ich easy mit diese zwei Regler machen, dabei nicht viel herum tun. Die sind einfach zu benutzen und man sieht sofort die Wirkung. Des Weiteren haben wir den Kontrastregler, der, wie der Name schon sagt, uns den Kontrast regelt. Den kann man hinzufügen oder entfernen. Im Gegensatz zum Kontrastregler zum Beispiel in Lightroom, da wird ein bisschen Sättigung hinzugefügt, das ist in Photoshop genauso. Das passiert hier nicht, also der funktioniert genauso wie die gerade Luma-Curve. Da ist keine Sättigung hinzugefügt. Das Problem ist aber bei diesem Kontrastregler, es wird das komplette Bild angewandt und ich habe jetzt nicht wirklich die Kontrolle über mein Bild. Du kannst zwar hinzufügen, ich würde das aber auch hier eher dezenter machen. Zum Schluss, weil er eben noch dabei ist, der Sättigungsregler, der ihm Sättigung hinzufügt oder entfernt und da ist gleich die nächste Änderung, weil mir viele eben auch sagen, wo der Dynamics Slider ist in Capture One. Den gibt es an sich nicht, der ist im Sättigungsregler quasi inkludiert, das heißt, der fährt jetzt dann nicht so hoch an wie bei Orange-Rot-Tönen und Gelb-Tönen, sondern der ist da eher konservativer und man kann da schon viel mehr im Bild machen, bevor da jetzt da irgendwas passiert. Ja, es fällt mir ein, dass ich da oben, so, das machen wir auch gleich wieder, Vergleichsvariante. So, gehen wir zu unserem normalen Bild. Man sieht hier bei den Sättigungen kann ich da ein bisschen was machen und ich kann auch hier das Bild zu einstellen, wie ich möchte. Das wäre eine Möglichkeit, ich gehe jetzt auf die nächste Vergleichsvariante, die nehme ich jetzt hier raus und habe jetzt hier wieder mein Bild, Browser wieder weg und jetzt schauen wir uns den HDR-Regler an. Dazu gleich als sinnvoll, seit Capture One 20 ist es eben so, dass das vier Regler sind, das waren vorher eben nur zwei und die dienen einfach dazu, dass man die Bandbreite eures Kamerasensors ausnutzt, ohne dass man da jetzt eine Belichtungsreihe machen muss. Ich kann hier oben bei den Lichtern die Belichtung retournehmen, das sieht man ganz gut beim Himmel hier oben und ich kann bei den Tiefen auch anheben. Wenn ich das zu viel mache und die Bildbereiche zu dunkel sind, dann füge ich Rauschen hinzu und das wollen wir jetzt auch nicht im Bild haben. Das ist eher eine Sache, die man jetzt dann nicht so übertreiben sollte. Die weiteren Regler, die hinzugekommen sind, die können wir dann wieder auch verwenden für den Kontrast im Bild. Wenn das Bild zu flau geworden ist, da können wir jetzt hier ein bisschen im Himmel wieder hinzufügen und beim Schwarzwerten können wir auch hier beim Kontrast, bei dem Berg auch ein bisschen wieder hinzufügen. So, ich nehme den Helligkeitsregler hier wieder. Und den Sättigungsregler, dass wir annähernd wieder dasselbe Bild haben. Und das wäre mal der HDR-Regler. Ich kann seit Capture One 21 das Ganze auch mit den TES-Reglern machen, in gewisse Art und Weise. Da habe ich aber das Problem, wenn man sich das Bild hier unten ansieht, dass der zwar super funktioniert, wenn es um Dunstentfernen geht, ich den aber nicht zu weit beanspruchen kann, weil man ja auch Sättigung im Bild hinzufügt. Das ist ja etwas, was ich jetzt dann nicht unbedingt haben möchte. Dazu müsste ich oben den Sättigungsregler ein bisschen retour nehmen. Das wäre eine Variante. Oder ich nehme manuell aus dem Bild eine Farbe auf und verwende den TES-Regler so. Das wäre eine Variante. Nachdem ich aber die ganze Zeit jetzt eigentlich auch ohne den TES-Regler ausgekommen bin, nehmen wir den Klarheitsregler hinzu. Der Klarheitsregler macht nichts anderes wie der TES-Regler. Er erarbeitet mir den Mittelkontrast in unserem Bild. Der kann man hier hinzufügen oder entfernen. Dann sieht das Bild ganz flau aus wie Verwascher und ich kann hier meine Mittelkontraste hinzufügen. Der funktioniert anders im Übrigen als in Lightroom zum Beispiel. Da habe ich nicht die Möglichkeit, dass ich die Berechnungsmethode von unserem Klarheitsregler einstellen kann. Das kann ich in Capture One sehr wohl. Da kann man im Bild sehen. Ich nehme die Vergleichsvariante jetzt einmal weg. Dass wir das Bild wieder größer haben. Da kann ich schön hinzufügen. Und es passiert nichts in meinem Bild. Bei klassisch habe ich eher die Lightroom-Variante meiner Meinung nach. Weil ich habe da oben im Bild zum Beispiel schon Lichtsäume, die sogenannte Halos. Die habe ich im klassischen Modus hier nicht. Also ich würde eher die klassische Methode verwenden. Zwei weitere Tools, die wir für unsere Helligkeit und Kontrast in unserem Bild verwenden können, wären die Tonwertkorrektur oder die Gradationskurve. Und das schauen wir uns jetzt hier in diesem Bild an. Dazu nehme ich jetzt einmal die Tonwertkorrektur raus. Und so sieht das Histogramm. Warum, werdet ihr dann gleich sehen. Wir haben im Histogramm haben wir unsere Tonwerte eher in den Mitteltönen hier bei diesem Bild. Und genauso als Übersicht auch in der Tonwertkorrektur. Dann erkennt man auch gleich im Bild, dass das Bild eher flau ist. Also nicht so wirklich Kontrast da ist. Es war eher diffuses Licht und das kann man ganz leicht korrigieren, indem wir einfach zum Beispiel auf den Zauberstabklick automatisch anpassen. Und schon haben wir ein kontrastreiches Bild. Und man sieht auch hier im Histogramm, dass sich die Tonwerte auseinandergespreizt haben. Das heißt, wir nutzen jetzt dann mehr Dynamikumfang von unserem Sensor. Und dadurch steht auch da mehr Kontrast hier in unserem Bild. Was macht... Also schauen wir uns die Tonwertkorrektur einmal an. Wir haben fünf Anfasser insgesamt. Einmal Eingangsbereich, die man auch verschieben kann. Und einmal den Ausgangsbereich. Und der ist dann auch der interessantere, weil wir hier eben unser Bild oder Capture One sagen, okay, das sind jetzt da die Ausgabebereiche, da passt das an das Histogramm an. Und dadurch sieht man auch oben beim Histogramm, was sich da eigentlich tut. Bewegt sich in der Tonwertkorrektur jetzt dann nichts im Histogramm, aber oben tut sich auf jeden Fall sehr viel. Und dadurch haben wir jetzt ein kontrastreicheres Bild auch. Das heißt, wir sagen Capture One, okay, ordnet das Histogramm neu, spreizt das Histogramm und mehr Kontrast im Bild. Das wäre eine Variante, wie wir Kontrast in unserem Bild hinzufügen. Eine weitere Variante wäre mit der Gradationskurve. Da haben wir fünf Tabs in unserem Bild. Einmal die RGB-Kurve, einmal die Luma-Curve, einmal Rot, Grün und Blau. Rot, Grün und Blau verschiebt die Farben beziehungsweise kann man hier auch mit Farbkontrasten dann arbeiten. Aber wir wollen jetzt dann nur den normalen Kontrast haben und dazu mache ich jetzt hier einfach zwei Punkte für unsere Mitteltöne. Ich könnte hier noch x-beliebige Töne machen und die könnte ich jetzt hier auch rausziehen wieder. Dann kann ich hier, wenn ich hier drauf drücke auf einen dieser Punkte, dann kann ich mit der Shift-Taste, kann ich den und mit dem Mausrad, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und das Mausrad betätige, dann bewegt sich diese Kurve im waagrechten Bereich und wenn ich das Ganze mit der Steuerungstaste mache, dann kann ich hier vertikal arbeiten. Das kann ich hier jetzt genauso machen und ich habe ein kontrastreicheres Bild. Aber was das Problem auch bei der RGB-Kurve ist eben, dass wir ein bisschen auch Sättigung hinzugewinnen, wenn man hier an den Kontrast spielt. Das sieht man jetzt hier, dass da eigentlich viel mehr Sättigung auf einmal im Bild ist als vorher. Das heißt, wir setzen das Ganze mal zurück. Die idealere Variante wäre, also ich verwende hier eigentlich eher die RGB-Kurve zum Anheben der Lichter beim Mitteltönen und dann gehe ich hier weiter und da habe ich hier zum Beispiel eine Pipette und da suche ich mir Bereiche im Bild aus. Ihr seht da jetzt so ein orangenen Balken und der zeigt mir an, wo in unserem Histogramm befinde ich mich und da kann ich zum Beispiel hier einen Punkt setzen für die Highlights und einmal hier. Und jetzt kann ich dasselbe in grün machen und jetzt schaut es mal, was sich da jetzt bei den Farben ändert oder ob sich da was ändert. da kann ich mit der Alt-Taste hier mal gedrückt halten und da tut sich absolut nichts in Sättigung in der Sättigung aber wir haben ein kontrastreicheres Bild und das ist das, was wir haben wollen. Im Endeffekt ist also die Gradationskurve zwar für Anfänger ist dann nicht so unbedingt leicht obwohl mit der Pipette geht es eigentlich doch. aber es ist halt nicht so leicht wie zum Beispiel der Kontrastregler im Belichtungsteil der Tool. Welche der Tools ihr jetzt verwendet obliegt euch ich verwende jetzt dann nicht nur den Kontrastregler oder nicht nur die Tonwertkorrektur das ist je nach Bild verschieden und es ist glaube ich wichtig zu wissen okay wie funktionieren die einzelnen Kontrast Tools und Helligkeitstools und wie kann ich die auf meinem Bild anwenden. Wenn euch das Video gefallen hat gebt einen Daumen hoch abonniert den Kanal wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt drückt auch die Glocke damit ihr auch benachrichtigt werdet wenn weitere Videos hochgeladen werden in der Videobeschreibung habt ihr dann Links zu Capture One Shop wenn ihr Capture One noch nicht besitzt und kaufen wollt und auch den Link zu meiner Facebook Community beziehungsweise auch über meinen Telekan Kanal wo ich auch neue Tutorials und so weiter raushaue und ihr auch dort informiert werdet. Ansonsten wir sehen uns dann beim nächsten Video bis dahin dann Tschau Leute bis dahin dann 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 bis dahin dann